moin moin und herzlich willkommen zurück zu der fall ich will noch mal eine quest von ihr für unsere gilde da annehmen die bleibt das ja war richtig nahe gesucht hier bei denen und ich will immer noch ein bisschen weiter skillen ich glaube das könnt ihr verstehen weil wir irgendwie auch mit der hauptquest momentan nicht vorankommen und dann danach würde ich gerne noch mal schauen ob das was stand da jetzt habe ich das jetzt einfach aus versehen übersprungen toll wir sind wir sind warte mal talk oxlayer wir sind greetings also greetings keeper wir sind wir sind eine neue neuen rang okay ich hatte jetzt irgendwie aus versehen übersprungen gehabt dann können wir hier vielleicht so was haben wir hier du haben dort war gut waren rei paul renn waren gut waren rei paul renn waren led paul renn ich würde sagen wir nehmen den helm der sieht geil aus so wie sieht das jetzt hier aus 21 wir sind auf 21 hier gestiegen den haben wir hier noch wir haben den ganzen mist dort können wir in ware packen lassen wir das alles in ware so ok ich würde sagen wir machen weiter die quests hier so still more trouble with orcs more trouble with orcs das sind die drei neuen die wir jetzt haben mehr trouble with orcs machen wir let me introduce myself i am anden yermsley of the knights of the dragon seems there is a banded band of orcs holed up around here the glory of daggerfall will go to whenever wipes them out can i count on you max natürlich you don't need to kill every single orcs in the band just get a decent number of them and be sure to kill their leader balas i happen to know that they are holed up in runes of the moharth farmstead if you are not back in 70 days i'll sing your praises at the funeral ceremony aber wir haben bisher noch keinen lohn bekommen so ok jetzt noch mal schauen wie hieß das ort moharth farmstead so moharth farmstead so hieß das glaube ich so dann machen wir hier auch noch mal ein save game wieder auf die vier und dann gehen wir mal da rein vor allem ich feiere dass das das wir immer besseren stuff kriegen wenn wir die quäste machen so beziehungsweise hier können wir auch noch mal auf die zwei speichern da wir jetzt drin sind ok hier sind keine orcs so wie sieht es hier aus kaum geht kaputt barbarian nehmen wir alles mit wir brauchen aber auch trotzdem noch eine vollständige daedra rüstung der ging aber auch schneller kaputt jetzt alter der hat mich jetzt erschrocken ich habe jetzt keinen werwolf erwartet gehabt so gehen wir gehen erstmal hier weiter da haben wir wieder spinne und hier so noch einen schönen schatz nehmen wir auch alles mit schreck mich nicht äh you have killed balas without a leader these orcs will never be more than a nuisance so nehmen wir auch alles mit machen wir hier ein save game auf die drei okay hier könnten wir runter wir lassen das mal wir wollen hier schon eher die wege richtig gehen so und hier alle richtig ordentlich kaputt machen so da waren wir schon hier waren aber noch nicht und wir gehen jetzt hier mal runter guck guck so nice okay abgesehen von der tue gibt es hier nichts hier war nichts dann gehen wir da lang okay wir müssen uns gleich nochmal irgendwie heilen weil hier werwölfe sind und wegen den werwölfen haben wir tatsächlich lykantropie bekommen mal schauen wo geht es hier lang wir bleiben erst mal hier unten okay wir schwimmen da nicht durch oder noch nicht dann gehen doch erst mal hier hoch ich glaube hier waren wir schon nur noch nicht durch diese tür gott dann gehen wir durch die tür okay dann bleibt uns wohl doch nichts oder warte mal wir hatten doch glaube ich noch irgendwas gehabt abgesehen von dem da unter wasser hier der weg falls das wirklich ein weg war gehen die falsche richtung ja jetzt geht er richtig das war der den wir noch nicht gemacht hat da okay dann müssen wir halt unten da wo der wasser ist beziehungsweise vielleicht machen wir hier nochmal das so nice und hier ging es runter so dann gehen wir jetzt mal ein bisschen schwimmen alter geht das weit aber ich habe jetzt gedacht wir würden hier so ein schlachter fisch finden was ist das denn ein droi okay krass ein droi habe ich jetzt nicht erwartet was denn das so und jetzt ganz schnell wieder zurück so dann wenn wir gleich wieder auf der oberfläche sind können wir den ausgang wieder suchen und haben hier eigentlich alles wieder fertig es sind aber auch weniger gegner dieses mal bin ein bisschen enttäuscht vor allem hier sieht es nicht danach aus als gäbe es viele wege so und viele gegner waren hier jetzt auch nicht was ich schade finde was ich schade finde dann können wir wieder nach decker voll zurück ich finde das wirklich jetzt schade dass das so schnell vorbei war ja ja und schnell reisen so wo ist die also wir müssen irgendwie die nacht über stehen jetzt ne wir sind noch nicht verwandelt das ist gut da muss ich mal aufpassen so noch ein bisschen weiter nach norden obwohl wir können mal schauen ob wir die sachen jetzt schon verkaufen können das ging mir aber jetzt diese quest viel zu schnell vorbei so was kann ich ihm verkaufen wagen habe ich jetzt nichts mehr so dann hier kann ich bestimmt auch noch was verkaufen hier hier habe ich nichts was ihn verkaufen kann so kann ich hier noch was verkaufen dem laden will ich nichts verkaufen weil das welche dem verkaufen kann ich auch woanders verkaufen hier dem kann ich aber noch was verkaufen oder dem ach hier ist er so wann kann ich dir verkaufen das geschäft mit dir wirklich das war das war tolles geschäft wie spät haben wir es 7 u 28 ok dann können wir vielleicht eher das hier machen für 4 stunden so so dann kann ich jetzt hier vielleicht rein so was kann ich ihm verkaufen auch nichts aber ich hier kann ich noch ein bisschen was verkaufen und dann schauen wir was der vielleicht für geile rüstung hier hat ja wohl eher weniger plus 4 der gibt auch plus 4 so hier lasst du alles haben ja komm nehmen wir hier was habe ich noch im inventar zum verkaufen das ding und im wagen habe ich die dinger noch wo ich keine ahnung habe wo ich die dinger verkaufen kann aber ich würde sagen wir gehen jetzt mal lieber vielleicht zum chefe und sehen zu, dass wir unsere Quester abgeben. Die Frage, die ich mir stelle, ist, können wir eigentlich noch Skillen, wenn wir Beowulf sind? Oder eher weniger jetzt? So. Good show. The merchants are already telling me how happy they are. With the Orcs gone. You are a credit to the order. Dankeschön. Chatgen ist die nächste Quest. Wollen wir das hier mal? Ausprobieren. Still more trouble with Orcs? They call me and I have a quest for you. If you are feeling up to it, a powerful Orc band has been raiding caravans in Degaford. Someone needs to slay the Orc warlord that leads them. Okay. The Orcs are using the dungeon of Peristere as a base of operations. Kill as many of them as you want, but be sure to cut Degaford's throat. He's their warlord. If I hear from you within 16 days, your honor will be untarnished. Dungeon of Peristere. Okay. Dann gehen wir da hin. So. Äh. Feind. Nee. Dungeon of Peristere. Bis dahin, ne? Komm, gehen wir. Okay, ich bin noch ganz normal so. Wo ist denn der Dungeon-Eingang? Ist das da? Ich hoffe, dass es ist. Dann machen wir hier auch wieder ein Save-Game auf die vier. Und rein mit uns. So. Nehmen wir alles mit. Der hat ja nichts. Komm. Das hat jetzt aber auch gedauert. Okay, hier ist ein ganzer Baumstamm. So. Das dauert wieder. Hat sich voll gelohnt. Sauber. Müssen wir hier... Okay. Sauber. Das war jetzt super. Das war echt gut. Ah. Okay. Hier ist offen. Sauber. Dann müssen wir jetzt an dem vorbei. Können wir das hier eigentlich kaputt machen? Nö. Oder ich weiß es nicht. So. Dann hier hin. Ah, wie hoch. Hä? Wer war das? Wo war das? Irgendwo kämpfen welche. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo... Wo ich hin muss. Ah. Okay. Ich muss da runterfallen. Wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, bevor wir hier draufgehen, machen wir das. Also bevor wir hier runter springen, runterfallen. Ja. Wie ich erwartet hatte. Wie ich erwartet hatte. Da heißt eine Spinne. Und hier haben wir auch noch einen Krieger. Daneben. So. Dein Loot gehört mir. Wir müssen aber schauen, wie wir auch wieder zurückkommen. Irgendwie müssen wir einen Weg finden. Vor allem wir müssen die ja auch alle wieder neu looten. Ah, Skelettkrieger höre ich. Lass mir raten hier. Wir gehen noch nicht nach oben. Wir bleiben erst mal auf dieser Etage. Oder Ebene. So. Was ist denn das? Auch einen magischen Effekt. Okay. Hier kann man auch nochmal runterfallen. Gut, dann gehen wir hier hoch. Da haben wir einen. So. Dein Inhalt gehört auch mir. Und dann gehen wir hier hin. So. Interessant. Okay. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Ah. Okay, das wäre wieder ein neuer Bereich. Wo wir. Da gehen wir dann später hin. Ich will hier hinten noch alles. Erforschen. Beziehungsweise. Ich will wissen, ob dahinter was ist. Das sieht so aus, als wäre dahinter was. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Die Ratte hat mich jetzt erbrochen. Warum können wir hier so? So. Climbing Mode. Genau. Wo liegt er jetzt? Da unten wahrscheinlich hier. Da unten liegt er. Ah. Hier haben wir noch ne Tür. Das ist ein interessanter Dungeon jetzt. Wirklich mal. Komm, wir gehen hier lang. Das ist mal wirklich ein anderer Dungeon. Der mir mehr gefällt. Warte. Da war doch noch was. Achso. Von hier kamen wir. Dann gehen wir hier lang. Und tot. Wir müssen jetzt einmal zurück. Wir müssen irgendwie unseren Loot wieder zurückpacken. Nein. Ah. Climbing Mode hat uns gerettet. Okay. Ich weiß nicht. Was ist. Nein. inein. Achso. Oben. Über mir. Oder unter mir. Kämpft gegen eine Spinne. ja wer attackiert mich hier durch die wand haben die mich an angegriffen so wir sind wieder hier das heißt es müsste hier gleich irgendwo der weg wieder zurückgeben frage ist nur wie kommen wir wieder zurück vielleicht ist das da hinten die tür die möglichkeit so den haben wir jetzt auch aber den können wir nicht mehr weiter looten wie viel gibt er plus 9 der hier war plus 13 okay wir haben den benutzt jetzt ist die frage was hat er auch gemacht wie kommen wir wieder zurück okay so kommen wir auch hier aber ich glaube nicht dass das hier uns irgendwie weiter bringt lasenspinnen aber das jetzt nicht das wo ich hin will so noch mal geld und frau die relic ich will aber wieder ich will hier kurz zum eingang oder warte mal wir haben ja das frank der levitation im inventar wo kommst du näher so jetzt der ist im baden ok wie kommen wir zurück wie war der wo war der ausgang dort 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 war der ausgang und irgendwo muss es wieder einen eingang geben hier sind wir einen weg wieder zurück los wo hier vielleicht über den da so hoffe ich zumindest hier haben wir einen toten so aber das führt mich jetzt auch nicht weiter oder wir haben den hebeljahr betätigt nein jetzt sind wir runter gefallen das war auf jeden fall ein versuch wert aber schade wo sind wir jetzt dort wir haben den hebel betätigt vielleicht ist hier jetzt offen naja jetzt ernsthaft wo muss ich hin wie komme ich hier raus beziehungsweise zum eingang damit ich mein inventar einmal leer machen kann so den haben wir auch schon mal gekillt da haben wir den ok da glaube ich ist dead so wir können hier erstmal nichts wirklich mitnehmen außer lichterst ok den haben wir zumindest aber wir brauchen den weg zum ausgang und wenn wir den nicht haben oder finden stecken wir hier fest ich kann mir nur hier hinten irgendwie noch erhoffen dass es weiter geht so spinne haben wir gekillt aha interessanter raum gibt es hier noch was noch hier nicht so sein gold nehmen auch noch mit da haben wir eine tür ok 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 wo bin ich jetzt genau bin ich hier und das wird hier auch noch irgendwo hin wieder ein komplett neuer bereich komm geh doch auf sei doch nicht so so portion of cure disease das nehmen wir mit wir müssen aber hier noch mal alles looten wir müssen hier überall noch mal zurück den haben wir jetzt auch noch auf ok ok was ist jetzt dafür passiert dass wir den jetzt auch gemacht haben hier könnten wir jetzt quasi bis hier unten durchfallen und hier kommen wir aber da ist nicht aufgegangen so und runter wir müssen wirklich nochmal komplett zurück und alles looten ok hier sind überall geheime türen versteckt aber wie soll ich da hinkommen wie soll ich wieder hier hinkommen da ist eine geheime tür gewesen ok wie kommen wir da hin hier ist eine geheime tür und die müssen wir finden wie wir da hin zurück kommen ich muss eben ganz kurz husten deswegen habe ich mich kurz ausgeschaltet wir sind wieder hier gelandet ok weg zurück suchen finden einmal hier hoch da da hier wieder runter ach ich bin noch vor falschen links dann hier lang und dann hier wieder irgendwie runter oder auch wieder falsch andere richtung das wird hier noch sehr kompliziert hier vielleicht oder nein nicht hier lang sondern hier rum hier ich bin noch mal schauen vielleicht finden wir hier noch irgendwo geheimtüren ne nur geheimtüren den hatten wir ja schon umgelegt also hier umgehebelt würde ich sagen wir versuchen es doch nochmal so hier gibt es nichts wo kommst du näher hier erst mal alle spinnen hier ausschalten hier komm geh doch auf ok der hatte mitgekämpft So, den haben wir jetzt auch noch Aber Hat mir jetzt auch nichts gebracht Hier zu sein, ne? So, okay Frage ist Wie kommen wir jetzt An diese geheime Tür? Ich müsste aber auch einmal den hier machen So Gibt es hier vielleicht eine geheime Tür Die ich jetzt von hier so nicht so gut sehen kann Nein Oder hier irgendwie irgendwo Dann gehen wir erstmal da lang Äh, da Und dann schauen wir nochmal Geheimtür Irgendwie irgendwo zu sehen Zu entdecken Ja Hier ist eine Und wen haben wir da? Gibt es hier eine Geheimtür? Ja Da gibt es noch eine Irgendwo Dann haben wir das jetzt gleich Jo, wir sind da So Dann können wir hier Ähm Remove Erstmal Alles Hä? An der Warte? Alles da reinpacken Den lassen wir auch mal Und hier auch nochmal alles Und jetzt nochmal looten gehen Wir haben den Weg ja gefunden So Wo waren sie alle denn? Hier haben wir ja einen Der nichts mehr hat Wir müssen alle nochmal suchen Der hier Hatte der noch was? Der hatte nichts mehr So Hier hatten wir die Sackgasse Genau Und ich will wissen Was hinter dieser roten Tür ist Ich hoffe ich musste wirklich Beide You are too far away Ich hoffe ich musste nur diese beiden Hebel betätigen Dann wir wissen können Was hinter der Tür ist Den hatten wir ja auch schon Dann hier lang So Den Ich weiß es nicht Aber ich will wissen Was dahinter ist Oder ist das für eine andere Story Demnächst relevant Was wir dann wirklich für Hauptstory Oder sowas hier nochmal hin müssen So Climbing mode Genau Dann sind wir wieder hier Wo waren die alle denn? Nochmal Ich würde sagen Hier machen wir dann nochmal die Tür zu Weil wir wissen Dass wir hier schon waren Genauso wie Hier Da gibt es nichts mehr für uns Hier lassen wir mal so Dann gehen wir mal hier hin Und da runter So war das hier vielleicht Ne Das war ja der Ausgang Für uns Den brauchen wir Der ist wichtig Den behalten wir so bei Schade Dass ich jetzt nicht mehr weiß Wo die Leute sind Die wir Gelutet haben Ah Wir laufen im Kreis Was soll denn das? Gehen wir mal darum Den hatten wir schon Den hatten wir glaube ich Vergessen Ja Nice So Ich glaube wir sind schon da Wo wir hin wollten Dann gehen wir erstmal hier hin Ja hier sind sie alle Ich hoffe das ist jetzt nicht so viel Was ich mit schleppe Okay wir müssen noch einmal hier hin Wo ist nochmal der Weg Um wieder da hin zu kommen Hier lang runter Und dann hier hin Okay Jetzt habe ich das mir nicht gemerkt Genau hier runter Hier hin Bin ich gerade Ich bin gerade ein bisschen blöd Doch hier glaube ich war das Nein Ganz falsch War das genau hier war das Oder doch nicht Nichts Ja genau So sind wir jetzt wieder Eine etage tiefer Achso ich habe mich jetzt voll erschrocken Hier Ah Toll Okay Den Bereich waren wir aber noch gar nicht Okay Sein Gold nehmen wir auch noch mit Komm Neue Zone entdeckt Was auch im Kreis geht Aber wie komme ich hier jetzt raus Aus dem Bereich Irgendwo gehen noch Türen auf So komm hoch Nein Ah Schade Okay Okay Wir können so uns Den Ausblick erglitschen Ähm So wir sind jetzt hier Für den Ausgang müssen wir Hier so durch Dann hier glaube ich war das Und dann runter Oder wisst ihr was Ich habe jetzt auch keinen Nerv mehr Hier rum zu geistern Wir gehen einfach So hier müssten wir jetzt Draußen sein Oder doch nicht Ach hier Dann gehen wir jetzt einfach Punkt aus Fertig Und Auf nach Daggerfall zurück Hä Daggerfall Ja Und Schneidreise So dann mal schauen Wie spät es ist 7 Uhr 11 Okay Dann würde ich sagen Machen wir Vier Stunden raus Und wo sind wir genau Okay Nordeingang Äh Nordwestliche Und dann geben wir eben Jetzt mal die Quest ab Wo das auch immer war Ich glaube da vorne war das schon Ja hier Und so Gehen wir das mal ab Jo dankeschön Wann kriege ich eigentlich Mein Lohn Kann ich jetzt eigentlich Ein Haus hier Kriegen Von dem Receive Haus Ja dann du mich auf Ich bin Haus Dann würde ich sagen In der nächsten Folge Machen wir mal weiter Vielen Dank dass ihr mit dabei wart Ich bin's Euer Max Deus Und Ciao Ich bin's Ich bin's Ich bin's Ich bin's